Ja, mein Name ist Andreas Thabor. Ich bin der Veranstalter von dem Mittelalter Markt auf Burg Greifelstein. Mit die schönste Mittelalter-Location in ganz Hessen. Es gibt viele schöne kleine verwinkelte Ecken, wo wir halt irgendwelche Ritterlager lagern oder ein Schlafzimmer aufgebaut haben in den Bornkammern. Wir haben einen schwarzen Ritter da, der sich mit Latex-Schwertern mit den Kindern prügelt. Wir haben eine Schaukampftruppe da, die Schaukampf macht. Wir haben mehrere Mittelalter-Bands da, wir haben einen Gaukler da. Also alles, was das Mittelalterherz begehrt. Am Freitag hatten wir das 10. Celtic Rock Open Air. Was es früher mal im Markt Neustadt gab, wir sind dann irgendwann mal hier nach Greifelstein in Mittelhessen gezogen. Gestern und heute, also Samstag und Sonntag, haben wir halt den Mittelaltermarkt gemacht. Und ja, heute war es halt so ein Bombenwetter nach diesem ganzen Wetter-Kapriolen dieses Jahr. Das hier, Parkplatz-Situation und so, es war halt brechend voll. Das hier, Parkplatz-Situation und so, es war halt 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 so, Bis zum nächsten Mal.